Euer Mann wird euch nicht helfen bei der Altersversorgung, sondern sorgt auch für euch selbst. Junge Frauen sparen konservativer als Männer. Sie gehen weniger in Aktien als Männer. Auf der anderen Seite weiß man in der Forschung, dass Männer gerne zu viele Risiken nehmen und einen Teil ihres Gesparten wieder verbrennen. Auf lange Sicht sind Frauen besonders kluge Sparer. Es wäre also keine Lösung, einfach Frauen zu raten, geht mehr in Aktien. Nein, das ist nicht der Punkt. Ich glaube, es gibt zwei Ratschläge, die man Frauen vielleicht mitgeben kann. Der eine lautet, vertraut bitte nicht auf die alten Rollenbilder. Euer Mann wird euch nicht helfen bei der Altersversorgung, sondern sorgt auch für euch selbst. Gebt das nicht auf. Das andere ist, natürlich könnt ihr auch in Aktien sparen, aber eure Art mit Risiken umzugehen ist nicht falsch. Geht in Aktien in kollektiven Systemen, könnt ihr das tun und müsst trotzdem nicht die Risiken nehmen, die Männer manchmal lieber nehmen würden. Da seid ihr auf der sicheren Seite.